So, jetzt habe ich die Stammzange geholt, um da Buchenholz rauszuziehen. Die Buche da muss weggeräumt werden, die liegt da schon lange über der Strasse. Ja, das ist immer ungünstig, ins Gratland raus, da muss man dann nachher die Äste zusammenräumen. Ich denke, das gibt noch viel Arbeit, uiuiuiui. So, jetzt probieren wir den Stamm wieder aufzurichten mit der Selwinde. Ja, das wird schwierig auch, ja, es geht was, es geht doch was. So, es geht, es geht, wunderbar. Ja, gut gezogen. Diese Winde hat Power. Gut, gute. Heh. So, jetzt. So, jetzt kommt's Pointe. Bis zum nächsten Mal.